Hallola und ja, willkommen zu dem Kampf gegen die Schulleiterin hier. Ja, im letzten Part haben wir in der Schule nachts ein bisschen Unwesen getrieben. Ja, schaut selbst im letzten Part. Heute müssen wir uns dafür vor der Schulleitung verantworten. Ja, es ist morgen. Ja, los geht's. Reden wir mal mit der Schulleitung. Du hast alle meine Schüler besiegt. Sehr beeindruckend. Jetzt möchte ich auch gegen dich antreten. Was sagst du, bist du bereit? Na klar, ich bin bereit. Los, kämpf mit mir, Schulleiterin. Als Lehrerin habe ich die Pflicht zu überprüfen, wie du meine vier Schüler besiegen konntest. Ach ja, sie hat ja nur vier Schüler. Lehrerin Elke fordert dich heraus. Los, John, du bist immer noch mein einziges Pokémon. Los, Kampf gegen Magnetido. Blut. Ja, und wenn das mal nicht sehr effektiv war. Äh, wenn John ist paralysiert, greift eventuell nicht an. Ich versuch's trotzdem mal mit Blut. Es geht direkt zur Sache hier in diesem Part. Es sind noch nicht mal zwei Minuten rum. Und es fängt schon sofort an mit dem ersten Kampf. Ja, geht halt sofort zur Sache. Es ist halt ein Action-mäßiger Part. Schön einen John heilen. Und er ist unserem letzten Part etwas abgekratzt. Aber, ja. Ich hab nur einen John. Ich kann es mir nicht leisten, ihn auf die RIP-Box zu legen. Dann hab ich nämlich keinen Pokémon mehr. Und, ja. Das wär ja hinderlich. Für Kämpfe. Mit null Pokémon in den Kampf zu treten. Mautzi. Ist übrigens weiblich, das Mautzi. Öha, ich müsste vielleicht erst mal einen Trank einsetzen. Weil sonst bin ich wieder gleich Geschichte. Biss. Öha. Ich setze noch einen Trank ein. Und, voll aufgeladen. Biss. So. Halt aus, John. Ich weiß, du bist paralysiert, aber... Einmal gut, bitte. Öh, ja. Mh. Wird knifflig. Ja, geschafft. John erhält 88 EEP-Punkte und erreicht Level 12. Lehrerin Elke wurde besiegt. Du bist einfach sensationell. Zwergkost gewinnt 432 Poké-Dollar und geht siegreich aus diesem Kampf gegen die Schulleiterin und Lehrerin hervor. Vielleicht wäre es besser, wenn du für mich als Lehrer einspringen würdest. Spaß beiseite. Das hier ist für dich, weil du gegen mich gewonnen hast. Du erhältst fünf Exemplare des Items Superball. Superball wurden in der Items-Tasche verstaut. Mit einem Superball lassen sich Pokémon leichter fangen als mit einem Poké-Ball. Sein Pokémon und ihre Attacken zu kennen, gehört zu den Grundlagen des Trainer-Daseins. Nicht wahr? Hallöchen, ich bin Käpt'n Edima. Ich habe mir deine Kämpfe angesehen. Du hast dabei so energieladen ausgesehen, dass ich dich unbedingt kennenlernen wollte. Das ist Zwergfurst. Er ist aus Kanto hergezogen. Nun ja, ein vielversprechendes Talent, nicht wahr? Diese Art von Attacken, die er einsetzt, ist beeindruckend. Verstehe. Herzlich willkommen. Bitte zeig mir bei meiner Prüfung dein Geschick im Umgang mit Attacken. Käpt'ns halten nämlich Prüfungen für Trainer ab, die den Inselkönig bzw. die Inselkönigin herausfordern möchten. Meine Prüfung findet in der Vegetationshöhle statt. Es ist nicht schade, wenn du dir vor der Prüfung noch Verstärkung für dein Team holst. In Hauhudi-City gibt es auch innerhalb der Stadt hohes Gras, in dem du Pokémon finden kannst. Ich freue mich schon sehr auf eine Herausforderung. Ich auch. Ach ja. Das Taurus von der Schule dürfte keine Probleme mehr machen. Ich habe seinem Besitzer Bescheid gegeben. Ich schätze, auf Mele Mele weiß jeder sofort, wem dieses Taurus gehört. Also, dann Zwergenfürst, wir werden dich alle zusammen verabschieden. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Zwergenfürst hat den Unterricht in der Trainerschule abgeschlossen. Vertrag dich immer gut mit deinen Pokémon. Behalte auch Statusprobleme und wie man sie behebt im Hinterkopf. Viel Erfolg bei deiner Inselwanderschaft. Mach's gut und suche in der Nähe zu anderen Trainern. Suche die Nähe zu anderen Trainern. Zwergenfürst, wende an, was du hier gelernt hast und erlebe eine spannende Inselwanderschaft. Gib alles, zukünftiger Champ. Mach dir Flash-TMs zunutze. Sie machen deine Pokémon stärker. Hau rein, Zwergenfürst. Du und dein Flamiau habt wirklich toll zusammengearbeitet. Nun, äh, dass wir schon einmal hier sind, werde ich dir in Hau-Holy-City herumführen. Bitte folge mir. Oh, ich krieg auch noch ne Gratis-Führung. Na denn. Äh, Zwergenfürst, hier drüben. Du, du siehst in der Trainerschule zusammen mit deinen Pokémon im Kampf schon ein gutes Bild abgegeben. Du hast mir vom Anfang an imponiert, weißt du, wie du wirklich gehörtet hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer warst. Und als dein Pokémon sich für dich entschieden hat, ist mir einiges über dich klar geworden. Huch, jetzt hätte ich doch beinahe Tauros vergessen. Ach, das ist ihr Tauros. Tauros ist wegen Lily und Zwergenfürst ganz aufgeregt. Ich bringe es am besten wieder nach Hause. Wie sieht's aus, Zwergenfürst? Möchtest du es mal streicheln? Ähm, ja. Wie aufregend. Ach, mein Pokédex hat sich wieder gemeldet. Ich konnte es so schnell nicht lesen. Es ist auf dem unteren Bildschirm. Tau. Haha, es freut sich. Wenn man Pokémon pflegt, bessert sich ihre Daune, musst du wissen. Nutzt eure Zeit und reist so viel herum, wie ihr mögt, ihr drei. Nur Begegnungen mit Pokémon und Menschen machen das Leben erst so richtig spannend. Ich würde alles geben, um so viel drauf zu haben, wie die Inselkönige und Inselköniginnen. Ein Pokémon zu beruhigen, ohne gegen es zu kämpfen, kriegt nicht jeder hin. Ich mag Tauros zwar, aber ich habe Angst davor, auf ihn zu reiten. Sagt mal, wo geht ihr zwei eigentlich hin? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, Zwergenforst in Hauholi City herumzuführen. Cool, gute Idee. Zwergenforst ist ja gerade erst in Alona angekommen. Hey, wisst ihr was? Ich komme auch mit. Ich möchte etwas Leckeres essen. Gut, dann gehen wir alle gemeinsam. Ja, wie aufregend. Kommt schon mal. Kommt mir nach. Und weg ist der. Wir sollten uns auf den Weg machen, Zwergenforst. Hauholi City ist die größte Stadt Alona. Du, äh, da kann man sich leicht verlieren. Auch, ich finde mich schon zurecht. Ja, und ab dafür. Heute wird ein bisschen durch die Stadt Hauholi. Und geschlendert. Und gebummelt. Oh, ein sonniger Stand. Ah, das Meer. Einfach nur herrlich. Hm, hey, du. Du bist von ganz weit her nach Alona gekommen, oder? Das sehe ich dir doch an. Pass auf, ich bringe dir den Alona-Gruß bei. Komm, mach es mir nach. Alona. Alona. Wenn du zur Begrüßung immer Alona sagst, werde ich dir, werden dich alle mögen. Weißt du? Okay. Werde ich mal versuchen, immer zur Begrüßung Alona zu sagen. Vielleicht werden mich dann alle mögen. Ja. Und was ist mit euch? Hier, fang! Mann, nur weil die armen Rufa so weich sind, musst du sie nicht durch die Gegend werfen. Wirf doch stattdessen ein paar Punktlelle. Hm. Okay, da gibt es offensichtlich einen Streit. Oh, was ist denn mit dir? Heiße Lady. Fleckmann besitzt die Fähigkeit Tempomacher. So kann es vom Gegner nicht verwirrt werden. Das Fleckmann da scheint allerdings trotzdem ordentlich verwirrt zu sein. Es hält mich wohl für seinen Trainer und lässt mich nicht in Ruhe. Fleckmann! Und ich chill hier wieder am Strand. Aber auch nicht lange. Ich will nämlich Alola erkunden. Und da bleibt nicht viel Zeit für wir chillen am Strand. Ja. How Holy City. Eine friedliche Stadt voller Freude. Vielleicht kann ich ja mal hier die Geschäfte erkunden oder die Häuser. Ne, hier ist Licht. Was ist mit dir? Hallo, na. Machst du hier Urlaub oder bist du auf Inselwanderschaft? Ich mache hier Urlaub. So oder so. Du, äh, bist du hier herzlich willkommen. Hier hast du ein Willkommensgeschenk. Du erhältst das Item Trank. Trank wurde in der Medizintasche vererstaut. Genieße deinen Aufenthalt in How Holy und deine Zeit in Andor zusammen mit deinem Pokémon wird wunderschön. Okay, hier kann ich überall nicht rein. Und das ist nur eine Fassade. Einkaufsviertel. Naja, das sieht doch sehr noch besser nach Einkaufen aus. Mir war so, als würde hinter der Wand etwas nauern. Also habe ich instinktiv zu einem Karate Schlag ausgeholt. Warum gerade zu einem Karate Schlag? Na, weil er so eine hohe Volltrefferkurte hat. Okay, alles klar. Wen sehe ich denn da? Zwergfürst? Da ist doch der Zwergfürst. Ich habe dich sofort an deinem Gang erkannt. Na, was sagst du? How Holy ist super, oder? Aluna ist toll. Stimmt's? Oh. Hey, Zwergfürst. Komm mit. Ich will dir was tolles zeigen. Hey, hey, stimmt es, dass man hier etwas tolles bekommt, wenn man einen Rotom-Pokédex hat? Das hat sich ja aber schnell herumgesprochen. Der Rotom-Pokédex ist zwar nicht, noch nicht sehr weit verbreitet, aber wir haben schon eine Erweiterung für ihn im Angebot. Den Pokémon-Sucher. Hier, bitte sehr. Den gibt es umsonst für dich dazu. Das ist der Wahnsinn. Ein Pokémon-Sucher ist das nicht toll, Zwergfürst? Und was ist der ein Pokémon-Sucher? Mit dem Pokémon-Sucher kannst du Fotos von Pokémon machen. Rotom, gibst dir Bescheid, wenn du irgendwo hinkommst, wo du Fotos aufnehmen könntest. Lass mich dir aus der Bedienungsanleitung vorlesen. Och nee, muss das jetzt sein? Gib mir doch einfach die Bedienungsanleitung, die kann ich mir später durchlesen, wenn ich mal Zeit habe. Dann musst du mir doch nicht vorlesen. Ich bin doch... Ich bin doch kein Analphabet. Ich kann das lesen. Ja, es wäre nicht schlimm, wenn ich ein Analphabet wäre, aber ich bin kein Analphabet. Ich kann... Ach, komm. Dann lese es mir halt vor. Berühre Rotom oder drücke den R-Kopf. Okay, das ist eine sehr kurze Anleitung. Der Rotom-Pokdex ist echt eine tolle Sache. Er ist zwar kein Pokémon, aber er steht dir trotzdem zur Seite, Zwergfürst. Nee, Moment mal. Neben steckt ja ein Rotom. Dann ist er ja doch ein Pokémon, oder? Ach, ist ja auch egal. Ich warte draußen auf dich. Bis gleich. Oh, das ist meine Frage. Ist mein Rotom-Pokdex ist ein Pokémon oder ein Gerät? Schreibt es in die Kommentare. Mit dem Pokémon-Sucher fotografierte Pokémon sehen auf den Bildern einfach total süß aus. Okay, ja. Auf Mele-Mele gibt es, oder genauer gesagt, im Mele-Mele-Bloom, ja, soll es einen eigenartigen Vogel-Pokémon geben. Na, dann fangen wir uns doch die eigenartigen Vogel-Pokémon. Vielleicht ist sogar ein Teampartner für den Eben-John mit dabei. Den Tenkara-Tügel dürfen leider nur Bewohner der Insel betreten. Ich frage mich, was da wohl für Pokémon leben. Die Vitrine enthält typische Produkte aus der Anuola-Region. Hm, sowieso, ja, du bist zweifelsohne, du, äh, du bist ein Trainer. Hm, mit dem richtigen Gespiel für Pokémon, ja, ich habe lange nach jemandem wie dir gesucht, eine Hoffnung, etwas Hilfe zu bekommen. Hm, ja, hast du einen Moment Zeit für mich? Äh, äh, ja, kleinen Moment, habe ich Zeit. Hervorragend, hm, ja, ich bin entzückt. Ich erforsche nämlich Pokémon in allen ihren Formen und Farben, musst du wissen. Um sie zu erforschen zu können, muss ich sie allerdings erst einmal fangen. Leider tauge ich trotz meiner Begabung als Forscher offenbar nicht zum Pokémon-Trainer. Hm, ja, und so hatte meine Feldforschung leider bisher nicht mehr hervorgebracht, als ein paar Wunden und, ja, ein paar Narben an den Knöchel. Und hier kommt jemand ins Spiel, der das gleiche Spiel auf Pokémon hat, wie ich, du. Ja, ich möchte dich bitten, zehn verschiedene Pokémon-Arten zu machen. Könntest du das für mich erledigen? Es würde mir enorm weiterhelfen. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Natürlich, ähm, wenn ich dran denke. Zwangfürst, Tadi, wie war es bei der Touristen-Information? Was, das war die Touristen-Information? Okay. Der Rotorben-Pokedex hatte eine neue Funktion bekommen. Er kann jetzt Fotos schießen. Wirklich beeindruckend, dieses Rotorben. Knips! Nanu! Haha, was war denn das? Komm, Zwergenfürst, ich zeige dir einen Namen, in dem was total Leckeres gibt. Da Tadi wohl ein Foto von uns gemacht. Vielleicht möchte Rotorben, dass du ein paar Fotos mit ihm machst. Wie dem auch sei, ich werde mich ein wenig in der Boutique umschauen. Ja, ich komme mit dir mit. Boutique ist, glaube ich, ganz gut. Tag, Trainer! Was hast du denn da Schönes? Das ist ja ein Pokémon-Sucher. Kannst du damit auch umgehen? Wenn ja, verrate ich dir etwas. Üh. Einem Loch in der Mauer hier. Kannst du Fotos machen? Das habe ich extra für dich da reingehauen, mit meinem Chaateschlag. Siehst du, Rotor reagiert es darauf. Los, berühre es mal und sieh selbst. Okay. Rotor berührt. Der Pokémon-Sucher wurde aktiviert. Per Schiebepad kannst du die Ausrichtung der Kamera ändern. Bzzzzz. Sieh dir auf diese Weise die Welt um dich herum auf den verschiedenen Winkeln an. Versuche dann im optimalen Augenblick mit der R-Taste oder dem A-Knopf ein Foto davon zu machen. Los geht's. Pro Session kannst du sechsmal auf den Auslöser drücken. Na dann. Ich würde mal sagen, fotografieren wir dieses Pikachu. So. Fokussieren und. Sehr schön. Kann ich auch noch antun oder? Hm. Scheinbar nicht. Noch ein Foto. Echt gut. Vielleicht kriegen wir es auch noch hin, während es sich putzt. Na komm. Ja, oder auch nicht. Du hast schon mindestens ein Foto geschaffen. Möchtest du dir... Möchtest du trotzdem ausführen? Sind hier ein paar schöne Fotos genügend? Anscheinend ist es am besten, wenn man Pokémon von vorne aufnimmt. Schieß einfach ganz viele Fotos mit dem Pokémon-Sucher. Übung macht den Meister. Ja. Und das werde ich bestimmt machen. Wie gut. Heute mal ein bisschen Bummeltag in der Stadt. Oh, hier gibt's hohes Gras. Und ein wildes Pokémon. Es ist ein Abra. Na, die sind ja bekanntlich schwer zu fangen. Aber es ist ein männliches Abra. Gut. Und dann muss ich es leider auch entkommen lassen. So gerne ich es fangen würde. Gut. Dann gehe ich mal wieder zurück. Ich will ein bisschen shoppen gehen heute. Oh, ein Mauzi-Wild erscheint. Oh nein, das Tauben-Mauzi ist männlich. Das wäre jetzt perfekt gewesen. Ein Mauzi im Team. Und zwei Katzen. Das wollte ich eigentlich haben. Och, komm schon. Wir müssen noch schnell ein Pokémon fangen. Ein weibliches Mauzi. Pichu. Das geht auch. Weiblich. Weiblich. Bitte weiblich. Mann. Komm. Das Spiel will nicht auf meine Wetzlau-Regeln eingehen. Na gut. Dann halt nicht. Vielleicht findet sich dann irgendwo ein... ein gutes Bugmann. Hallo, Zwergfürst. Dürfte ich dich etwas fragen? Na gerne. Also. Ich bin offen für Fragen. immer gerne her damit. Suchst du dir deine Kleidung eigentlich selbst aus? Na klar. Ich suche mir immer meine Kleidung selbst aus. Ist alles selbst gewählt? Mein Style halt. Natürlich. Wie wohl die meisten anderen Leute auch. Und nicht wahr? Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat. Daher weiß ich auch nicht so recht, welche Sachen mir überhaupt stehen. Ja. Da muss man natürlich wissen, welche Sachen zu einem stehen. Ach übrigens, Zwergfürst. Schau mal, was ich vorhin in der Boutique erhalten habe. Kaum hatte ich den Laden betreten, hat man mir einfach so diesen Artikel überreicht. Allem Anschein nach war ich der 99.999. Kunde in der Boutique. Da ich aber so etwas Ähnliches bereits besitze, würde ich ihn gerne dir überlassen. Dann werde ich bestimmt gleich der 100.000. Du erhältst das Item Ninsen-Etui. Ninsen-Etui wurde der Basis-Items-Tasche. Verstauz. Jetzt haben wir ja etwas gemeinsam, nicht wahr, Zwergfürst? Okay. Dann berede ich mal schnell den Laden. Vielleicht bin ich ja sogar, ja, ein 100.000 und kriege eine kleine Prämie. Oder auch nicht. Nur der 999.000, der 999.000. Doch, der Frommi kriegt natürlich eine Prämie, ja, macht Sinn. Wusstest du schon, dass Boutique, je nachdem sie ihr eigenes Rortiment haben? Ach ja, am liebsten würde ich ja gleich alles mit nach Hause nehmen. Gucken wir uns mal um. Okay. Das kann ich nicht. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du deinen Outfit zusammenstellen sollst, kombiniere doch erstmal ähnliche Farben. Damit bist du auch auf der sicheren Seite. Okay, ich hätte nämlich gerne ein individuelles Outfit. Wäre es nicht toll, wenn man seine Kleidung auf seinen Pokémon abstimmen könnte? Ein Pokémon, was meine Kleidung trägt. So auf jeder. Wenn du dich umziehen oder neue Kontaktlinsen einsetzen möchtest, kannst du das in der umkleinen Kabine tun. Dank dem übergroßen Spiegel ist sie nicht zu übersehen. Die hier wahrscheinlich. Na dann. Du bist in der umkleinen Kabine. Was möchtest du tun? Ich probiere erstmal Kleidung an. Ein Tropenschutz. Ach, das sind meine Sachen. Baseballkörper. Ja, ich möchte aber was Neues anziehen. Ich möchte nicht die alten Kram anziehen, sondern ich will was Neues. Ja, super neuer Style. Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir am nächsten Part weiter. Ja, hier, ich will etwas kaufen. Gut, kaufen wir am nächsten Part. Da gibt es viele tolle Sachen zu kaufen. Die seht ihr dann im nächsten Part, für was ich mich entscheide. Tanktops. Okay, ja. Okay, ja, dann habt ihr noch einen angenehmen Fürstlichttag gehabt euch wohl. Ich hoffe, ihr geht im nächsten Part weiter. Ja, bis denn und ciao, ciao. Adios. Haut, äh, Renne.